Yo Leute, was geht? Freunde, geht niemals nachts in die Schule. Heute spielen wir das Spiel School of the Dead. Ich würde sagen, wir legen los. Lasst ein Like da Leute, wenn ihr mehr von solchen Spielen haben wollt, abonniert den Kanal. Let's go! Oh, Alter, ist der Schuhgang laut. Yo. Puh, ey. Yo, ey. Okay, was ist denn heute dran? Oh nein, Geschichte. Ich hasse Geschichte. Oh mein Gott, ich gehe da auch. Ich bin richtig müde vor Geschichte. Ey, wir pennen jetzt ein. Okay, wir sind jetzt eingepennt. Okay. Da sind wir wieder. Oh, wir haben die ganze Nacht gepennt. Mittlerweile ist es Nacht. Wo sind die ganzen Leute? Hey, wer bist du? Oh mein Gott. Wer bist du denn? Das war ein Typ mit einem Totenkopfschädel. Oh Gott. Okay. Yo, also so wie es aussieht, sind wir gerade in einer Schule, Leute. Nachts unterwegs. Wir sind eingeschlafen, weil wir den Geschichtsunterricht verpennt haben. Okay, also ja. Schauen wir mal, was wir hier haben, Leute. Oh. Ah, wir haben eine Taschenlampe. Cool. Okay. Was haben wir hier? Ah, E-Mail-Newsletter auf dem Laptop. Was ist hier drauf? Ah, Windows. Windows. Okay. Alles ganz schön. Ja, was haben wir hier? Ein paar Bücher. Und jo, das ist ein nettes Klassenzimmer, muss ich sagen. Oh, so eine Multiplikationstabelle. Lol. Das habe ich auch übelst lange nicht mehr gesehen, Freunde. Hier haben wir alles mögliche, Geografie. Leute, ich vermisse so ein bisschen die Schulzeit. Oh. Okay, das ist der Lehrer. Aber yo. Damit gibt es keinen Geschichtsunterricht. Ja, hallo. Hallo. Okay. Was ist falsch? Ach so, Pommes habt ihr nicht mehr. Oh. Shit happens. Okay, also ich soll jetzt einfach im Klassenzimmer drinne bleiben, dann wird sich um mich gekümmert. Yo, der Schulgang war ja übelst cool. Ähm, naja. Okay. Ähm, dann haben wir immerhin... Ich weiß nicht, soll ich jetzt rausgehen? Also ich meine, wir sind hier ganz alleine. Ich muss... Ich muss nach Hause gehen. Ich muss nach Hause. Leute, lasst mich mal nach Hause. Ich muss den Schlüssel finden. Aha. Wo ist denn der Schlüssel? Ist das der Schlüssel? Nee, das ist irgendein Paket. Hat der... Hat der Lehrer nicht den Schlüssel gehabt? Hey, Herr Lehrer. Haben Sie den Schlüssel für die Tür? Ich muss hier raus. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Die ganze Nacht... Ah, da ist der Schlüssel. Okay. So, dann haben wir den Schlüssel. Dann gehen wir jetzt raus. Let's go, Leute. Oh. Nein. Ähm, Bro. Oh. Was passiert hier? Pro Tip. Benutze die Schließfächer. Oh nein. Was? Der wird mich erledigen. Oh. Ja. Oh mein Gott. Leute, kommt der auf mich zu? Äh. Nein. 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 Der kommt jetzt nicht auf mich zu. Hallo? Ist er da? Oh, da ist er. Da ist er. Da ist er. Okay. Das ist gruselig, Leute. Der ist ja übelst creepy. Okay. Ähm. Alles klar. Ich versuche, die Schließfächer zu benutzen. So. Okay. Der würde mich doch safe so sehen, oder? Okay. Oh nein. Was ist denn mit ihm passiert? Oh nein. Du hast die Hausaufgaben. Er hat einen Cookie bekommen. Er hat immer einen Keks bekommen für seine Hausaufgaben. Ich will hier rein. Nein. Das geht nicht. Geht nicht. Wo ist der Typ? Wo ist er? Ich sehe nicht. 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 Ich sehe nicht, Leute. Oh nein. 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 Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. So, jetzt bin ich drin. Oh mein Gott. Leute, was ist das denn für ein Spiel? Hier ist irgend so ein Dämon, der durch die Schule läuft. Taschenlappe aus. Und alle Leute einfach abhackt. Was ist denn das für einer? Ich glaube, er kommt gerade. Ich höre was. Ich höre etwas. Ähm. Ist er da? Hello, Mr. Hausmeister. Ist er da? Er kommt, Leute. Er kommt. Ah. Da ist er. Ah. Okay. Ich glaube, wir gehen. Wir gehen. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Kann ich die Tür öffnen? Nein. Die Tür kann ich auch nicht öffnen. Oh mein Gott. Da kommt er. Nein. Hä? Ja. Nein. Ich gehe nicht nochmal in den Klassenzimmer zurück. Bro, ich gehe nicht nochmal in den Klassenzimmer zurück. Habt ihr gesehen, was das für ein komischer Typ ist? Ähm. Hat da jemand irgendwie... Äh. Was ist denn mit ihm? Poopyhead. Oh nein. Das ist der Poopkiller, Leute. Das ist der Poopkiller. Ich glaube, der hat, äh, jetzt seine ganzen Bücher. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Das ist, das ist, äh, ja, ein bisschen beunruhigend. Okay. Was haben wir hier? Komm, wir gehen mal auf Toilette, Leute. Wir lassen jetzt mal richtig ein bisschen Krach machen. Komm. Äh. Alter. So, ja, perfekt. Das machen wir mal zu, Leute. Oh, Junge. Schön Hände waschen. Oh, das Wasser läuft nicht. Was ist denn das? Oh, was ist das hier? Äh. Find a way to open the door. Oh, wir müssen irgendwie diese Tür aufmachen. Ja, gut. Ähm. Wisst ihr, was ich an dieser Toilette mag? Da ist eine kleine Pflanze. Irgendwas ist cool an dieser Pflanze. Ich mag das. Ich mag das sehr. Wisst ihr. Oh, mein Gott. Hilfe, Leute. Da ist er. Sieht er mich? Ich hoffe, er sieht mich nicht. Oh, Junge, ist der gruselig. Ich muss diese Tür öffnen können. Lass mich hier durch. Ist er hier? Hallo. Oh, Gott. Ist da Feuer? Oh, mein Gott, Leute. Ich habe eigentlich ein bisschen gerade Angst, ne? Ich hasse es. Also wirklich nachts durch die Schule zu laufen, ist an sich auch schon sehr gruselig. Egal, ob es eure Schule ist oder meine. Okay, er geht, Leute. Huh. Kann mich auch nicht sehen, der Hausmeister. Steht hier in dem Buch. Natural Water. Äh, a ball of water. A ball of water. Yo, Alter. Ihr habt alle eure Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist der einzige Grund, warum ich lebe. Ihr habt alle eure Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Hahaha. Der Joker war wahrscheinlich hier. Der Joker. Oh, Gott, Alter. Okay. Yo. Alles klar. Ähm. Oh, Junge, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Was? Dang. Out. Äh. Nee. Also. Oh, was ist das? Yo. Cool. Nein. Der kommt jetzt nicht hierher. Nein. Nein! Wie hätte ich denn kommen sehen, dass der hier lang gegangen wäre? Nein! Ich muss jetzt das ganze Spiel von neu starten, Leute. Okay. So. Dann laufen wir mal. Ich hoffe nicht, dass er gleich wiederkommt. Ich hole jetzt einfach diesen... I think that a misunderstanding has occurred. Die Tür ist zu. Oh, Gott. Yo. Okay, was ist ein Fun Fact? Oh, jemand könnte mich damit erledigen? Ah, wirklich. Alles klar. Yo. Ich fühle mich hier wie auf dem Flughafen. Junge, die ganze Zeit hier Durchsage hier. Der Flug ist verspätet hier. So. Okay. Wow. Das ist ein riesiges Loch im Boden. Ich glaube, da hat jemand einfach einen riesen Haufen gelegt. Dann ist der ganze Boden eingestürzt. Ups. Jetzt sind wir unten, Leute. Jetzt sind wir unten. Ich hoffe, wir sind hier safe. Ich hoffe, wir sind hier relativ safe. Ja, hier ist eine Toilette. Da ist eine Toilette. Hier ist überall eine Toilette. Oh, Gott. Das ist... Oh, yo. Was ist mit dir passiert? Hilfe. Yo. Ich glaube, die ganze Schule... Scheint wahrscheinlich ein mörderischer Spaß zu sein. Okay. Ja, ich höre auch mit den Witzen. Warum sind hier immer noch diese Teile? Ist hier eine Taschenlampe? Ich habe doch auch eine. Die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Da komme ich nicht. Yo. Die ist auch zu. Ich komme hier gefühlt nirgendwo durch. Ist die wenigstens... Oh, ja. Die geht wenigstens auf. Die Tür geht auf. Ist klar. Nein. Hallo. Bro. Nein. Lass mich raus. Hallo, lass mich raus. Wo ist der Typ? Nein. Nein. Hausmeister. Du kriegst mich nicht. Oh mein Gott. Die Tür ist auf. Huh. Zu, 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 zu. Weg hier, weg hier, weg hier, Alter. Hä? Wer hat diesen... Wer hat gerade diesen Schrank verstellt? Wer hat den Bibliothekarschrank verstellt? Warst du das etwa, Börter? Börter. Ah, das war die große Liebe von mir. Börter. Nein. Boah, ich bin ziemlich klein, oder? Kann ich mich auf den Stuhl setzen? So. Leute, liebe Leute. Ich bin jetzt der Bibliotheker. Hier werden wir die besten Bücher der Welt lesen. Habt ihr Lust? Hier ist keiner. Hier ist einfach keiner. Hat überhaupt irgendjemand überlebt, außer ich? Was haben wir hier für Bücher? The Escape. The Titans. Ich kenne keines dieser Bücher. Navigate through the lab maze. Okay. Ist hier irgendwie so eine Art Labyrinth oder so? Hey. Hey. Hey, wer war das? Hey, wer war das? Lass mich raus. Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier tatsächlich durchlaufen. Durch diesen gesamten Gang. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir über... Haupt... Nicht. Ich höre, da ist jemand. Ah! Oh mein Gott. Bro. Der kam aus dem Nichts. Muss ich jetzt das ganze Spiel neu starten. Okay, jetzt sind wir wieder hier, Leute. Ähm, also ich passe einfach darauf auf, dass mich dieser Typ nicht kriegt. Dieses komische Skelettviech. Ah! Witzig, Alter. Leute, ist der lustig. Komm bitte nicht hier lang. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich verstecke mich gerade. Es scheint mir zu mir, dass mein Plan, um dich in eine offene Trappe zu verhindern, hat er verloren. Congratulations. Du hast nicht zu sterben, wie du es pathetisch bist. Ich habe vier Klassmätze. Ich möchte nur sagen, dass ich dich von der Bord der Sorge lebe. Oh, danke. Ich hasse dich auch. Und in case you were wondering, no, I did not leave you any French fries. Ey, der hat mir keine Pommes übrig gelassen. Ich glaub's nicht. Der komische Schuldirektor hat mir keine Pommes übrig gelassen. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Junge, was ist denn hier los, Leute? Warum sind ja so viele von denen? Oh Gott, er ist direkt hier. Er ist direkt hier, Leute. Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte. Gehen Sie. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts und niemand. Alter, wie soll ich denn bitte schön den hier rauslocken, um da ranzugehen? Ey, wie soll ich denn bitte zum Ausgang kommen, wenn der die ganze Zeit hier ist? Oh Gott, Alter. Oh nein. Jetzt bin ich in einer Trap. Jetzt bin ich in einer Trap. Ich bin hier in einer Falle, oder? Sieht so aus, als wäre ich hier in einer Falle gerade. Leute, das ist viel gruseliger, als es aussieht, weil ich kann mit Stereo kann ich nicht hören, wo der ist. Er kann entweder hinter mir sein oder vor mir oder links oder rechts. Doch, ich hab ne Idee. Wie kann ich an diesen Ausgang ran? Ich muss einfach hier warten, bis er daran vorbeigeht. Ich muss einfach darauf warten, Leute. Ja, da kommt er jetzt. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt geht er da lang. Okay, Leute. Wir gehen jetzt da. Komm. Oh Gott. Ey, nein. Das ist falsch. Das ist falsch. Nein. Ich hätte links lang gehen sollen. Okay. Lass mich durch. Jetzt können wir da lang, ne? Hier ist die Tür. Öffnen wir sie. Oh mein Gott. Wir sind durch. Let's go, Leute. Let's go. Guckt euch mal an, wie ich jetzt voll geschwitzt bin. Das ist krass. Wollt ihr auch, Leute, das obligatorisch leicht verschwitzte Tastaturkissen haben? Das habt ihr hiervon. Das habt ihr wieder, Leute. Ihr habt es vermisst. Ihr wolltet es wieder sehen in den Kommentaren. Okay. So. Warum kann ich mich nicht durchlaufen? Irgendwas, Leute. Irgendwas schränkt meine Bewegung gerade komplett ein. Ich weiß nicht, warum. Alter, ist das dunkel. Yo, warum ist es hier so dunkel? Hello? Wait. Was ist das? Hallo? Hey. Du bist also der Direktor. Ja klar werde ich jetzt entkommen. Okay. Oh, er wollte gerne den Hausmeister, das hat mich erledigt. Hab's halt nicht geschafft. The exit is to the right. Just to clarify. By all the best, I mean, I hope you get your fingers scratched off by a rabid dog. Okay. Headmaster out. Du bist ja ein echt cooler Headmaster. Der coolste. Der hat auch noch so einen ultra alten Computer. Lol, Alter. Dieser Computer. Ey, solche hatte ich auch früher gehabt mit dem CD-Player hier. Und ich weiß nicht, was das da unten war. Jedenfalls. Okay. Der Ausgang ist auf der linken Seite. Oder meint er die rechte Seite? I don't know. Irgendwo hier. Hallo? Ist hier jemand? Oh mein Gott. Oh, ich dachte grad. Nein. Wir können nicht aus dieser Schule entkommen. Die gesamte Schule hat's nicht überlebt. Leute, was lernen wir daraus? Spielt dieses Spiel nicht? Geht niemals nachts in die Schule. Gar nicht. Vergesst es. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, Freunde. Das war's auf jeden Fall von diesem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Hab ich so erschrocken bei der einen Stelle. Der kam aus dem Nichts. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. All dies raus, haut rein und ciao.